Willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Interestorm Revolution. Wir haben es jetzt ein bisschen adjustiert und die Voice-Settings, deswegen hoffen wir, dass es nicht mehr zu laut ist. Sag das später nochmal. Ich habe verloren, ich habe kein Recht zu wählen. Ich nehme mich wo du willst. Du bist viel mehr verstanden, als ich dachte, du wäre. Ich möchte einfach sehen, wie die anderen Akatsuki-Members sind. Just wie dieses Jutsu von deinem, es ist möglich, dass es ein Gefühl von Kunst gibt, die ich dort finden kann. Ich hätte keine hohe Hoffnung, junger Mann. Aber wenn das ist, was du möchtest, wollen wir uns? Das ist gut. Es scheint, dass es hier auch funktioniert. Wie ist alles so weit? Including Itachi, whom you brought into the Akatsuki yourself. Our members are out collecting information about the Jinchuriki and gathering funds. Good. And how about you? Have you had any luck finding us new members? Yes. The next is the Hidden Mist Ninja, Kisame Hoshigaki. Kisame, the monster of the Hidden Mist. I'll get in touch with him from my side. One more thing, sir. We recently received some interesting news on our side. What? One of the Sarnin, Orochimaru, is sneaking around trying to gather information on the Akatsuki. What do we do? Stop him? We are aware of what route Orochimaru is taking. Where did you get that information? It's from Sasori's subordinate. Pain, you and Sasori handle this. You decide what to do once you get in touch with him. Understood. The Orochimaru I know is crafty and difficult to handle. Well, it won't be easy to extract the information that he has. There has to be a motive behind this. Tja, geile Zwischensequenzen. Ja, und ich hoffe, man kann uns jetzt lauten deutlich hören. Entschuldigung. Entschuldigung. There is no need for formalities. I've actually researched quite a lot about you already. You flatter me. And also, I know you're trying to probe the Akatsuki. Oh, I see. So you came to get rid of me, have you? You know, I actually know quite a bit about you as well. Sasori of the Red Sand. You may be hidden inside that puppet of yours now. The real weapon at your disposal is the third Kazekage. Hmm. You've studied well. I don't recall ever disclosing anything about the Kazekage. If I take an interest in something, I research it quite thoroughly. It's the way I am. Yes, the information I know so far is what Kabuto provided to me. But I can't believe that I was in the hands of the Akatsuki. Itachi Sharingan and Rinnegon. Sorry. Right now, what interests me most is the Akatsuki. I need to study even more. Das passiert, wenn man zu viel lernt. I don't care what you take an interest in. Your fate is simply to be exterminated. There's no avoiding it. I wouldn't be so sure about that. I could actually capture the both of you. And I could extract all the information I want about the Akatsuki. This is getting interesting. I'll take care of this. Don't get in my way. Very well. Now, let's begin. Schade, dass es ihn als Fettklopsen nicht zum Spielen gibt. Dass es auch als Fettklopsen muss. So interessant. Zwei Psycheus gegeneinander. So, jetzt ist der Fight beginnend. Schade, dass man nicht mit den Fettklopsen mit Nasori kämpfen kann. Ja. Oder mit Sasori in San. Obwohl mit dem Puppenmodus kann man ja kämpfen bei Kankuro. Und San, der dritte Kasekage ist Jutsu-Ai. Ich wollte immer, dass ich ihn schmeißen kann. Wie schade, wie du schlägst, wenn du schlägst. Ja. Vielleicht bald. Ich glaube, nur bei der PC was ich glaube, dass ich mir sicher keine Ahnung habe. Aber ich bin mehr interessiert in mein Kunst. Du bist wirklich stark und in einem schlechten Weg. Sind du sogar menschlich und wie anders bin ich? Ja, sowas, das bringt's, gell. Das ist nämlich ein Move, mit dem man die Verteidigung durchbrechen kann. Und das hat ich jetzt zweimal gemacht, ob es nicht beim ersten schon funktioniert hat. Ach, Gott, seine Puppe fliegt auch nie. Das ist der ärgeste Nachbar. Ich habe nie gesehen, dass jemand in so einer Puppe bräst. Was sind überhaupt meine Kinds? Okay. Ein humaner Puppet. Wie absolut leidvoll. Das Akatsuki bringt wirklich die interessantesten. Komm her, du Pisch. Das finde ich auch, ist das Beste an den Akatsuki. Weil jeder hat so seine eigene special Moves drauf, eben. Zum Glück, ihr müsst nicht sein. Wie viel tausend ist. Jetzt geht es an das Spiel. Wie viel tausend ist. Wie viel tausend ist? Wie viel tausend ist, ist besser. Wie viel tausend? Wie viel tausend ist? Ich habe keine Touristen. Wie viel tausend ist. Wie viel tausend. Man versteht nämlich überhaupt nicht, was die im Kampf sei. Wie authentisch! Ich erwähnte mehr von einem Mitglied des legendarischen Sonn, Yuen. So, jetzt? Warum nicht totmachen? So weiß sie nicht aus, einfach. Ja! Ja! Das ist der Schmerz der Befehl. Sack auf das! Sack auf! Sack auf! Ist das es? Ich dachte, du würdest... Sehr schön. Okay... Okay... Damit sind dann alle zwei Archen, weil wir denn überhaupt nicht kämpfen können mit Conan und Sasori. Naja, überhaupt nicht. Ich kann mit Conan kämpfen. Ja. Mach die Puppenspieler... Äh... Schon. Aber jetzt will ich die anderen gehören. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wie ist das? Ja. Das macht wahrscheinlich... Ja! Schugwell. Alter. Er übertreibt es ein bisschen. Na. Hier. Passt schon so. Er ist ok. Was ist das? Morrochimaru. Die Spielzeit ist vorbei. Es ist Zeit für uns zu kommen. Ja, du hast recht. Ich dachte vielleicht, ich könnte dich nehmen, aber ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Alles klar, dann. Auf geht's. Warum solltest du mich nicht befreundet, Nikatsuki? Warum? Wie du? Wie ich schon gesagt habe, ich bin wirklich interessiert, in eine kleine Gruppe zu sein. Die Gruppe zu sein ist die schnellste Weg, um meine Interesse zu erfüllen. Ich glaube, dass ich genug befreundet habe, dass ich stark bin, ja? Du hast recht gut eine Sprache, wenn du dich verloren hast. Ich habe dich nicht ernst genommen. Du hast das gesehen, nicht wahr? Ich versuche, dass du dich nicht entspannst. Ich werde dich großartig sein. Ich werde dich nicht so gut. Guarantiert. Hey, wirst du ihn wirklich mit uns befreundet? Er wird nur holen Informationen über die Akatsuki. Nein, ich werde das nicht machen. Ich bin wirklich interessiert, ich versuche dir. Sehr gut. Willkommen in die Akatsuki. Seriously? Es ist besser für uns, dass wir diese Akatsuki nahe sind, als dass sie auf die Akatsuki gehen können. Sie auch verstehen, dass ich so lange wie ich bin, er kann nicht alles seinen Weg machen. Ja, er ist richtig. Ich verstehe das. Es scheint, dass ich nicht in die Akatsuki. Zumindest nicht noch. Gut. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir kommen zurück. Dieses Gesicht. Ich wusste, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich mag Degara. Zetsu, sag Sasori, Itachi und Kisame, dass wir noch nicht mit Setsu kämpfen können. Das ist so ein cool Mal-Charakter, Setsu. Ich hab auch keine Ahnung, ob sie ihn nicht gemacht haben. Verstehe ich ja eh nicht darüber. Wahrscheinlich, wenn er noch nie gekannt hat. Das Akatsky? Entschuldigung, aber das hat wirklich nichts zu tun mit mir. Ich will nur auf meine Kunst. Kunst? Die Kunst, die ich mit Klee, die ich selbst mache. Es kann auch explodieren. Und wenn es das macht, es macht seine Existenz mehr sublime. Und dann wird es endlich echt Kunst. Denn Kunst ist eine Explosion! Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist eine Art von Itachi. Du willst mich reden? Ja, wenn ich gewinnen, bin ich dann ein Mitglied der Okatsky. Ich kenne mich nicht oder meine Kunst oder meine Kunst. Hm. Wer einfach so seinen Trainingsraum zerstört, ja? Haha. Was ist denn die Tachi-Kämpfung? Ja. Das packen wir noch in dem Part, willst du noch, oder? Nee, das den klappen wir auch in der nächsten Folge. Ja. Tschüssi, Kowski. Ciao. Und wir müssen diesen... Nee, nächste Folge auch noch. ...diesen Turm hier befreien. Und das werden wir machen, indem wir... Oh, wir müssen das hier auch noch nicht beschreiben, oder? Haben wir ein paar andere Sprecher? Werden wir hier?